im auto mit dem mit dem musik vor allem im auto den leidungs was muss man schauen was machen sowas hast du noch nie erlebt er kommt doch oder nicht wie letztes mal ich habe ihn eingeladen schatz ist aber lang her bist du sicher dass die nummer richtig war dein onkel ist vielleicht ein bisschen anders aber er liebt uns glauben er reichen sie vor steck da haben wir irgendeine nachricht bekommen unsere hinweise auf maurice waren korrekt wir haben uns zutritt zur ctos backdoor verschafft während du die kopf abgelenkt hast wenn wir beide etwas davon haben stellen wir ihn mit dir diese backdoor gibt deren wenig zugriff auf das ctos netzwerk an etwas größerem arbeite ich noch die kopf gibt mir zeit skill punkte halten mit fähigkeitsbaum öffnen hacken ok was hätte ich denn jetzt tor und garage diese fähigkeit für ja ok gut ich kann es halten sie um städtische brücken zu öffnen und zu schließen wenn man das von hinten dann so zu macht ok verfügbare skill punkte um städtische brücken zu öffnen und zu schließen nehm ich mal keine ahnung ähm toller oh ja 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 doch nehm ich ja warum nicht ähm was haben wir noch drücken sie um eine hochbahn zu starten oder zu stoppen ja warum nicht keine ahnung ich mache irgendwas jetzt akzeptieren wir haben noch was mit kameras sieht gut aus fügen extra energiefeld hinzu ich weiß nicht wozu wir den akku brauchen aber es wird sicher noch später noch erklärt werden und da war es auch schon mit den skill punkten wir haben auch noch kampfpunkte hier ok wird sicher positiv sein ich mache es einfach immer keine ahnung wie das jetzt wird was jetzt zurück okay gut am ende des achten mission beendet ich würde gerne auf den laptop zugreifen erhalten xp plus 100 ruhig im verstecken aus wenn du sich dieses ausruhen ändern sich die zeit der fokus wird ausgefüllt und ihr spiel wird gespeichert okay alles klar ok unser bett können wir benutzen wir können die garderobe benutzen garderobe wir haben momentan und diesen anzug deswegen wird das nicht viel bringen lassen wir also wir haben hier noch elektrische teile die nehmen wir haben das leuchten können wir aktivieren okay chemische komponente aber ja auch wieder noch mehr chemische komponente er hatte bei sich im bad eine instabile chemische komponente liegen jetzt erzählen wir mal ernsthaft wer bei sich im bad so was wir liegen jetzt doch schwachsinn also es ist doch wir haben unser eigenes haus ist auch aufrüsten können vielleicht werden wir dann sehen ich benutze erstmal jetzt ich nehme mal zeit stellen ja und wir schlafen sechs stunden muss reichen ich nehme malgasp Sechs Jahre alt. Ach ja, der Arme. Gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon mega gut das Spiel. Nur halbfisert rauche ich am Anfang. Überwachungskamera. Fernzugriff. Legen Sie Profile von Basanten an, um kriminelle Aktivitäten aufzudecken. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Heben Sie Geld von Bankkonten ab. Was? Herrschungskompetenz. Ich höre aber mal jeden, den ich hier finde. Keine Ahnung. Ich kann nicht jeden hacken, okay. Sprengen. Sprengen. Hecken. Ich höre aber mal so rum, warum nicht? Fensterputzerin, Einkommen, na ja, toll. Was haben wir da hinten gerade gehabt? Travostation. Zum Überladen. Hecken. Ja, der hat eine Sonnekamera. Sehr interessant. Können wir doch noch irgendwas anderes von hier hacken. Sonst haben wir hier keine Kameras, nehme ich an. Ich sitze schon mal auf die da drüben. Auch die kann ich nicht hacken. Wahrscheinlich sind die zu arm. Man kann wahrscheinlich nur... Ah, da oben. Und schon bin ich in der Stadt, mein Guter. Ich will jetzt 10% des Gehalts an die Kirsche. Okay, der ist natürlich nicht so reich jetzt. Ah, der hat viel Geld. SongSneak, okay. Auch dich kann man hacken. Auch dich kann man hacken. Ja, viel zu viele Menschen mit Geld rum, habe ich ja das Gefühl. Außer Reichweite. Du musst dich dagegen wehren, sonst wird es nur noch schlimmer. Du bist zu ängstlich. So von wegen. Mit Beleidigungen und Vandalismus kann ich umgehen. Du wurdest nie angreiflich. So soll es bleiben. Das ist es doch. Es wird so bleiben, wenn du es zulässt. Das wird nicht besser. Ich kenne mich auch mit Schlägertypen. Das sind halt... Hm, okay. Die haben ein ernsthaftes Gespräch gehabt. Übersicht mich aber nicht. Ich will nur hacken. Haben wir nicht noch welche Kameras? Außer Reichweite. Dich kann man noch hacken. Dich kann man noch hacken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kontowert 280 ist natürlich nicht so brickelnd. Ah, die kann man noch hacken. Ich weiß gar nicht, was es jetzt für einen Sinn hat, sich alles zu hacken. Ich beende mal. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Leute gehackt. Kann ich hier runter? Jo. So einfach steigt man ein. Okay, mal schauen, was wir jetzt machen müssen. Da ist das Watch Dogs Zeichen. Da fahre ich mal hin. Zeige euch meinen Fahrerskill, den ich habe. Oder noch nicht. Oh. Ich weiß nicht mehr. Wir sind nur aufgelistisch. Was zum Teufel mache ich da gerade? Bringt mir das was, wenn ich ihn jetzt da hoch? Ach, alles klar! Oh Mensch! Das ist interessant! Wollen wir noch hoch, ne? Das ist ja interessant! Man kann also sich die Wege erhacken, mehr oder weniger. Es wird wahrscheinlich mega viele verschiedene Sachen geben. Und mal schauen, was wir jetzt hier drin finden. Wir haben jetzt natürlich den Lift hier hoch gehackt. Mal schauen, was es hier so gibt. Ich hab ja noch keine Ahnung von dem Spiel, wo ich jetzt Aufträge bekomme und so weiß ich noch nicht genau. Das werden wir dann alles rausfinden. Sieht auf jeden Fall mega gut aus. Entriegeln Und mal schauen, was wir hier haben. Ich glaube, das war jetzt so ähnlich wie immer bei ähm... Sessions Creed... Weltkarte öffnen. Hier haben wir bei Sessions Creed was entdeckt. Medizinische Komponente... Geldautomat... Ich hab jetzt Geldautomat markiert... Okay... Das ist mein Hut! Ja, das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Okay... Wir haben mein Geldautomat markiert. Okay... Wir laufen mal hin... Du oder was? Na nü... Ich kann jetzt hier einkaufen. Ich bin, glaube ich, auf der falschen Seite dafür. Also, glaube ich, ist gut. Ich bin definitiv auf der falschen Seite. Ich kann ja aber nichts machen. Das ist einfach nur so ein Einkaufsladen, okay? Du, und kaufe mal ein. Äh... Wie geht's? Ich könnte mir jetzt Farmika kaufen. Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. So, ich hab Farmika gekauft. Danke! Toll! Ich bin befreufriedig. Ich habe jetzt Farmika. Naja... Mal schauen, was wir machen können. Das ist also ein Einkaufsladen... Oder ein Medikamenteladen, könnte ich auch sagen. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier haben. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier haben. Geldautomat. Abgehoben, das geht. Okay. Nochmal geht das anscheinend nicht. Das ist ja lustig. Und hier soll auch irgendwas sein. Oh! 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 Äh... Ah! Stimmt, das kann ich ja... Ich würde die Waffe gerne wieder wegstecken. Ah! Okay. Mit... Waffenrad. Hast du ein Problem? Hey! Was zur... Pass gefälligst besser auf! Okay. Dann schauen wir mal ganz kurz nach, was auf... Tch! Äh... Ich versuche eigentlich gerade auf die Weltkarte zu kommen. Ich kann... Kampfhergestelltes... Fahren... Hacken... Ich würde mal meine Fahrskills... Gehen geht nicht. Okay. Ich gehe eigentlich auf die Weltkarte. Das Studium führt dich auf den Weg der Erleuchtung. Wie ist das? Glauben wir? Es beantwortet alles. Okay. Ich hätte jetzt gern... Mal geschaut, was dieses Auge da macht. Jetzt... Da komme ich nicht hoch. Ich dachte ich kann jetzt da hoch springen. Geht nicht. Also das Spiel an sich läuft ziemlich flüssig. Äh... An manchen Stellen im Auto hat es vorher gelackt. Also da wird es wahrscheinlich ein paar Probleme geben. Aber ansonsten finde ich das ziemlich geil gemacht. Jetzt überlege ich gerade nur, was dieses komische Auge darstellen soll. Das schauen wir einmal nach. Ist ja... Sind das für die ersten Folge. Da kann man sich noch ein bisschen umschauen. Umschauen, was da jetzt genau läuft. I got this money. Ich tue sie wieder weg. Ich wollte jetzt... Was ist das denn? Da kann ich hochklettern. Die Frage ist, bringt mir das etwas? Ich glaube nicht. Ich würde aber trotzdem gern auf meine Weltkarte kommen. Das ist ganz gut. Ich würde mich selbst auch immer in der Stelle wissen. Ich würde mir mal nennen. Wenn, wenn ich mich mal auf die Auge zu tun. Warum denn das glaube ich? Wenn das auch nicht so leicht eher nicht geplant ist. Ich würde mich auf die Auge des Auge. äh... Ich würde mir gleich vergleichen. Ich würde mich mal von oben freuen. Vielen Dank.